Starke Marken sichern Weltmarktführern die Zukunft. Nur wenn wir es schaffen, Spitzenleistungen überlegen und begehrenswert zu machen, werden wir in Zukunft erfolgreich sein. Dabei hilft uns die Marke. Marken werden der Schlüssel für Führungskräfte sein, um Mitarbeiter in die digitale Welt zu führen. Denn gut gemachte Marken sind die stärksten Vertrauenssysteme unserer Zeit und sichern damit in unsicheren Zeiten natürlich die Volksschaff der Mitarbeiter. Sie müssen aufhören, nicht nur Produkte zu vertreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Sie müssen lernen, Kunden anzuziehen. Und das schaffen Sie nicht durch ein schöneres Logo, sondern schaffen Sie durch eine kristallklare Positionierung und dadurch all Ihre Aktivitäten glaubwürdig, attraktiv und differenzierend darin zu bündeln. Vielen Dank. Vielen Dank.